servus leute was geht ab weiter geht es mit ein bisschen arg ich habe die tage die nacht hier ein bisschen dinos gejagt und zwar bin ich in den sumpf runter und habe mir ein raptor geholt ich habe einfach alles mit betäubers fallen abgeschossen was ich gesehen habe erst gesagt also so ein raptor so einen kleinen pisser da und so eine hackfresse so ein krokodil habe ich mir jetzt geholt der raptor 24 und dann habe ich eigentlich hier gelassen weil ich bisschen rausgehen wollte um mir ein bisschen narko bär zu sammeln und dann ist ein level 45 145 raptor da drüben falls ihr ihn seht warte nie man sieht ich wegen dem licht nicht da wo meine zwei leichen sind wartet ein level 145 raptor er läuft weg ich kann mein zeug nicht holen weil dieser bastard der ganze worte ich weiß ja auch nicht was ich machen soll ich habe keine narkose mittel mehr brah und ich will ehrlich gesagt auch nicht ich will den nicht töten wenn ich mit meinen mit meinen drei fischern dahin gehe der ist level 145 der raptor der killt alle der killt hundertprozentig jeden deshalb weiß ich aktuell nicht was ich machen soll so ich würde ja gerne jules jule alter kannst du nicht kannst du nicht auf dem bett schlafen man sieht ja aktuell nichts ist ein bisschen blöd meine fackel ist am arsch okay ich muss ich muss wir machen es so falls er noch da ist ich locke ihn weg das ist nicht mehr da okay ich habe mir das wieder alles ich habe noch nicht aufgegeben ich will den auf jeden fall 10 weil der geil weil da ist ein geiler raptor ist also ich habe noch zwei biter punktzeile okay ist da noch was drin nein raptor router das da dann sehen wir ein bisschen mehr ich meine den level 140 raptor das wäre mal so dass wir ab noch mal leider glaube ich irgendwie dass der ne warte ist er da oben ist er was sagt er jetzt schon wieder alter ich habe auch irgendwie schiss dass hier noch gleich eine auftaucht ich habe noch zwei betäubungspfeile bezweifle ehrlich gesagt dass das ausreicht ich habe angst nee wir müssen okay wir sammeln jetzt nach oben ich brauche mehr betäubungspfeile leute so ein 145 raptor der braucht bestimmt mit 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 meiner armbrust würde ich jetzt sagen um die 10 15 betäubungspfeile verdorbenes fleisch habe ich genug santamero davon habe ich locker 200 oder so dass darum mache ich mir keine sorgen aber diese narko bären zu sammeln ist echt eine scheiße unser pflanzenfresser vieh ist leider gestorben unser dino da ist eine matilda in unser in unser hause eingedrungen und hat das wie gekillt gar keine gar keine ehre diese matildas drecks matilda helena kobern habe ich 18 das reicht halt ja um welten nicht das ist halt das problem du brauchst für ein narkosemittel einmal verdorbenes fleisch und fünf narko bären das ist so das ist übel soo by the way ich weiß nicht was mit args grafikeinstellungen ist aber das ist irgendwie voll sinnlos das tut immer 100 prozent von der grafikkarte benutzen ich weiß gar nicht wofür das 100 prozent braucht klar wegen den ganzen gras wiese wiese und textur und qualitäten und alles und so so ein glück habe ich meine datoren nicht mitkommen als ich rausgegangen bin die werden jetzt die werden alle tot gewinnen so gucken wir mal wie viel wehinkriegen bin ne das reicht halt nicht meine klamatten werde ich erst gar nicht reparieren weil der fickt die sowieso ich brauche 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 15 auf jeden fall an sich will ich den wir haben guck mal wir haben da so einen aufsichtsturm gebaut in unserer äh berliner mauer berliner mauer burg eigentlich will ich den ähm vor mein haus locken dass ich ihn da halt die ganze Zeit mit meinen ähm pfeilen abschießen kann nur schaffe ich das erst gar nicht weil er so schnell ist also im leben würde ich den nicht schaffen dahin zu locken wenn dann muss ich ihn vom weiten mit dem pfeil abschießen aber von echt weit und ich müsste meine dinos in sicherheit bringen zwei nach oben ich hatte mich doch normal ich muss eine pflanzenfresser übrigens unbedingt zähmen dass ich beeren sammeln kann mit dem vieh das geht dann tausendmal schneller da kriegst du dann direkt so 100 narkobär noch einmal dann habe ich diese ganze von hand sammlerei scheiße habe ich dann hinter mir so ich muss jetzt kurz was trinken seitdem ich auch spiele habe ich mich daran gewöhnt alle türen abschließen habe ich normalerweise habe ich am anfang die ganze zeit ungefähr nicht gemacht ich habe einfach die tür immer offen gelassen sooo ist der das? ne viele nach oben habe ich jetzt zwei dicker ich schwöss dich an gegen fasern davon kriege ich ungefähr 100 millionen auf einmal soll ich nicht ok weiter sammeln ich habe gerade keine andere wahl ich brauche diese narkosebeeren also einmal werde ich auf jeden fall noch versuchen ihn zum betäuben zu bringen wenn es doch der gleiche ist ich bin mir nicht sicher ob das der gleiche Raptor von vorhin ist sooo wir sneaken hier uns kurz alles man der Raptor nimmt da oben wahrscheinlich alles auseinander du wie viel habe ich jetzt? acht dicker willst du mich ficken eigentlich? was ist denn los? so schwer war es auch nicht narkosebeeren zu besammeln eigentlich so nehmen wir noch das her man weiß ja nie was rauskommt so das da noch rein nochmal drei ok aber ich muss ihn ins haus locken ich habe gar keine andere wahl eigentlich ich bin am überlegen meine Viecher ins haus zu bringen jetzt mal ohne Witz Junge warte mal so was hast du denn überhaupt du ist tot was ist mir nicht so schwer dass du dich nicht bewegt hast? ok äh da werden wir noch auf Schaden Pisser kommst du auch auf Schaden Schaden so ähm du kannst nicht mit mir laufen weil ich zu schwer bin ok gut dann folgt mir doch einfach mal nicht so nicht so komm mal her ok komm schon hierher nein wenn du da runter springst hake ich dir die Beine ab hake ich dir die Beine ab hake ich dir jetzt ja ach Gott im Himmel nicht schwöre ich lasse raus so das war ja ein Zeitlupe aber ja was solls ok also dann jetzt folgt mir komm schon naja scheiße man ich will den Raptor hierher locken aber ich will nicht dass die alle sterben und wenn ich die da draußen lasse dann oder da oben ich weiß nicht ob der Raptor da hin kommt hm also gut warte mal kurz also naja warte mal kurz Brüte bleib mal kurz hier bitte so duuuhuuf folgst mir safe ins Haus oder so einer weniger um den ich mich sorgen muss deaktivieren und neutral du kommst mir auch ins Haus geht auch nicht also gut keine andere Wahl zurück mit dir komm ich eben von oben runter so okay also ihr beiden werdet mir jetzt leider Gottes ich würde am liebsten mit euch da hochgehen okay folgt mir und bitte sterbt nicht alter ja ist okay Bruder ich hab verdurst ich weiß so kommt mal mit ich will dass ihr einfach hier gammelt okay ficktes Lack so mitkommen und zwar bitte hier gammeln alter ich werde dieses Ziel angreifen werde ich nicht deaktivieren ich will schon dass die sich wehren aber ich glaube wenn der Raptor mit reinkommt rasten wir aus kann das sein komm wir machen es so okay du bleibst neutral mann ich will diesen level 145 ab doch nicht töten nein ich will die auch nicht neutral lassen das ist auch scheiße beginnest was trinken damit mich dieser typ hier nicht länger nirgert so give me wasser okidoki ich hab gelevelt anscheinend nochmal aufleben so es ist so 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 also ich tu mein ähm ganze Zeug aus hab ich Narkose vielleicht hergestellt nö ne also weil ich werde sowieso sterben wahrscheinlich also gehe ich das Risiko mein Zeug zu verlieren erst gar nicht ein so ähm das da rein das da rein das da rein der Rest interessiert mich nicht so okay ähm außer das da natürlich das interessiert mich mein Bogen ist mir egal meine Fackel ist mir eigentlich auch egal okay okay Leute der Kampf beginnt so Raptor ähm okay ich dachte schon wenn der wegrennt muss da irgendwas sein also aber es war nicht der Raptor ähm bruder wo bist du nimmst du da oben wieder alles auseinander okay man weiß ja nie schon mal laden alter okay ich sehe hier keinen Raptor ich sehe eine eine Dampfwalze ich sehe keinen ich sehe keinen Raptor Digga äh oh da ist er vor wen oder was bin der weg oh also während er den angreift oh oh jawohl Digga wenn du Level 145 bist küsse ich dein Auge verdammt du bist nicht Level 145 naja man nehme was komme ne oh ja wisst ihr was geil ist ich habe kein Fleisch ähm wir töten ich habe oh Gott ich kenne es gerade okay warte wie viel hast du noch oh fuck ah ja ich renne zurück ich hole Fleisch also den Raptor wollte ich eigentlich nicht fuck it nehme ich mir eben noch ein Raptor ist mir egal besser als nichts run boy run okay ist auch nicht schlecht Leute ich meine zwei Raptor habe ich nichts dagegen absolut nichts dagegen so okay ich nehme Narkobeeren mit weil ich sonst nichts habe und ich nehme das alles mit Fleisch Fleisch Fleischi Fleischi wir reparieren auch schnell alles da 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 na los was 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 okay ähm ich habe den Level 145er Raptor nicht gefunden aber ich glaube der wäre auch nicht so schnell dauernd gegangen ich glaube der hat mich gekillt vorher ich habe dich gerade angezogen okay du kommst mit weil ob du stirbst oder nicht ist mir eigentlich persönlich scheißegal so mitkommen gehen wir na los was 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 so okay oh ich verdorste ah es leckt mich doch ähm ihr beiden da oben seid okay 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 du Hackfresse kommt da unten muss kurz wieder runter muss trinken ähm ähm wo ist mein mein Ding so klar ist hab ich überhaupt noch Wasser im Wassertank das war's mit dem Wasser im Wassertank hat noch gereicht um zwei Milliliter zu trinken scheiße okay wie bist du da rausgekommen okay ich werde da draußen okay ich werde wahrscheinlich dann ähm runter zum seeren okay wenn ich schon wenn ich schon hier dabei bin kann ich gleich auf dem weg noch ein paar Bären sammeln vielleicht kommt dann auch jemand mit ich hoffe einfach nur dass der Level 145er Raptor mich nicht auf einmal erschreckt hier alter der Hund ich finde ich finde ich finde das Level von Dinos hier geht schon schnell aber ich finde es viel besser irgendwie schon den Level 100er Dino Dreck zu zähmen dann hast du das schon mal hinter dir und der ist schon voll gut gelevelt so ähm ich hoffe du bist noch bewusstlos ja du bist noch bewusstlos wir fehlen noch genug so Padawan hier dein Fleisch gönn dir hier das da das da Junge wie schnell flisten der wieso hat denn der gerade so schnell gefressen weiß ich nicht egal da kämpfen zwei Fleisch brauche ich nicht da ist ein Fluffy will haben fünf Giftpfeile komm schon Bruder nur noch ein Giftpfeil muss ich dich echt töten ich will dich nicht töten ich habe keine Narko-Bären ich habe keine Narko-Bären ich hasse es ich hätte den Save 10 können Level fucking 95 ich weiß ich dir wenn der jetzt mein Raptor killt lass dich aus wenn der jetzt bewusstlos ist und meine Viecher killen den wurde gekillt okay der ist tot da ist er oh gott ich will den weg ich will den übrige ich will die verdammt narco bärn also ich lasse aus 2 ist nicht so viel bitte ich will aber meinen ab auch nicht verlieren ich finde es so geil wie dieser mini kanu taurus mini rex warte hier sind die sachen vorbei und als meine sachen wie dieser mini t-rex immer mit seinen hörnern nach vorne so oft ich muss jetzt gut aufpassen ich sehe ihn nämlich nicht oder hier zwei nacher werden mehr habe ich gerade nicht zu bieten alter verdammt ich will den haben der ist nicht zufällig irgendwo bewusstlos geworden wegen den pfeilen oder sieht nicht so aus wär zu gut um wahr zu sein ja auf jeden fall wenn der mit seinen hörnern so nach vorne oh nein so wie der weg rennt rennt dem irgendwas hinterher gerade okay nur sowas und da hinten ist er hier wurde ich gebe dir noch mal kurz nach oben richtig scheiße den 10 auf jeden fall auch ist mir scheißegal zum glück ist er jetzt ein bisschen weit weg von uns dann kann ich so lange meinen raptor ziehen weil es nicht so als hätte er mich schnell gekillt ich hätte locker noch vier bis fünf feine abfeuerkern auf jeden fall Junge hier gibt es keine geile viecher alter hauptsache du siehst mich nicht alter lass mich bitte hin du einfach was manche dinos hier für eine range haben also wie die wie schnell die dich sehen das ist so krass ich hoffe einfach nicht dass er hier rüber kommt sondern da drüben einfach vergabelt erstmal ich habe das gefühl wenn man wenn man die benommenheit von den fischern richtig tief lässt und dann fleisch rein tut essen die auf einmal voll viel unter denen sein hunger gefühl war richtig niedrig deswegen hat er wahrscheinlich gegessen komm schauen wir haben es vier morgens alles mir egal ich will den ich will den raptor und ich will den fucking mini t-rex karnotaurus komm schon gib mir den akobian wir hatten schon den äh gestern haben wir den level 105 die rex also kann totales gefangen den da drüben aber der ist leider gestorben ähm nicht schlimm da ist ja noch einer deswegen will ich gerade unbedingt nochmal ein so diese fetten viecher hier die immer kill wenn ihr die sehen alle die geben so viel leder ok kann ich darum unversehrt hin ja jetzt so ich mache jetzt mal den hier so ich will jetzt mal nur kurz gucken ich will seine nahrungsdings richtig niedrig machen und dann das fleisch reinhauen und dann dass er dann alles auf einmal frisst ich habe null narkosepfeile oh nein bruder musst du hierher kommen gar keine narkosepfeile man okay wir sammeln solange unsere marko bären weiter junge wie schnell verdurstig eigentlich ey so was hat dein hungergefühl guter ok das lassen wir noch so ähm warte bevor ich gehe gönn dir das da ok wir hauen ganz schnell ab ganz schnell ich werde kurz meine selbstmordaktion starten äh es geht aber schnellsten eigentlich meine hakefresse ist auch gestorben oder mein krokodil ja der ist auch gestorben egal solange meine raptor leben ist mir scheißegal eigentlich so ähm ab hier kurz alles rein ich habe auch nichts angezogen ich habe auch nichts angezogen ok warte ich muss noch meine waffen rein die darf ich nicht mitnehmen ähm beeren ja wäre eigentlich auch nicht machen wir so so sterben man sei was ich lebe noch der liegt mir mal hallo ich will sterben hab meine knochen gebrochen los töte mich irgendwo kurz hier muss doch hier sein los da ist einer los schnapp dich jaaa sehr gut ok jetzt schnell drücke alter soo gleich mal mein zeug holen äh ab hier genau ok ok warte wenn ich schon hier bin ich habe nur nach 2 nach kobe rennen nein regnet es gerade perfekt dann kann ich rennen ok ich muss kurz gucken was mein raptor da oben macht ob der noch lebt überhaupt und dann ganz schnell zu dem anderen rennen ok ok oh der lebt noch ich ja mal ich geh mit dir kurz komm mal komm jetzt guter soo weil wenn wir dem anderen raptor jetzt fleisch rein tun der müsste das alles sehr schnell jetzt fressen bisschen aufpassen wo der Fluffy ist gerade der ist gerade nicht da soo wie schnell flister das jetzt? jaaa das ist echt so ok ich muss aufpassen dass der nicht kommt ich muss aufpassen dass der nicht kommt oh fuck ok ah die zähmung geht runter wenn ich das fleisch draußen habe scheiße wusste ich nicht alles für die scheiße ok 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 merk ich mir für das nächste mal rand ja macht doch Sinn macht doch Sinn dass es runter geht meinen raptor werde ich zurückbringen ich will den nicht verlieren das bleibt das ist ja das ist d so irgendwas mit nutz nützliches hier wie fleisch oder so was bei der bruder ihr habt doch gesagt nicht folgen okay ich muss irgendwas töten ich brauche fleisch bei den piechern die wir spucken einfach immer im kreis mit denen kämpfen das am leichtesten dann spucken die dir nicht in die fresse okay gehen wir mal in die richtung wieder jetzt hat er mich leider getroffen aber geht gleich wieder weg wo wohl dieser kano taurus hinsch ich habe angst dass der auf einmal auftaucht 37 prozent wen greift der da gerade an okay der wollte dieses mini vieh nur so ob sagt er lässt mich in ruhe bruder abgab zu tun so wahrscheinlich brauche ich jetzt eine stunde um die zu zähmen kann sein dass ich da bis dahin kurz vor schul leute für euch hast du irgendwelche probleme oder so junge wieso greift er mich an ich war ungelogen habe ich dich echt mal getroffen oder wie ich bin echt eins gegen eis gerade oder was kann er mich verletzen bitte ne kann er gar nicht okay ich kill dich jetzt schade ich wollte dich eigentlich nicht töten aber du greifst mich an die ganze zeit an kämpfen öffnet oder eben? Naja, das ist irgendwas mit, äh, 1000. Da geht ja eh mehr Speer kaputt als das Töte, glaub ich. Komm, bald bist du tot. Der flugt jetzt schon langsam. Ach, langsam macht das kein Pfeil. Wie lang das voll geht. Jetzt haut er ab, das heißt, er ist bald tot. Ja, der blutet auch schon. Ja, ich weiß, dass ich erschärft bin, aber... Kann jetzt nicht laufen. So, jetzt muss ich doch echt fett Filets kriegen oder sowas. Ruhes Filet 1. Zu wenig. Okay, äh, was macht mein Raptor? Vielleicht hab ich ja jetzt genug. Komm mal kurz. Nimm mal Laster. Ich will mal wissen, wie viel steigt, wenn er das frisst. Das kann es auch mir geben. Weil so ein rohes Filet sollte dem ja schon mehr geben. Soweit ich weiß. 2. 62. 2. Junge, Alter, das hat ihm richtig viel gegeben gerade. Alter, 62. Das waren 10% gerade. Ich hätte von diesen Dingern nur 10 Stück gebraucht. Fuck. Hm. Egal, das hat mir gerade geholfen. Auf jeden Fall. Ich glaub, wenn ich noch mal so einen sehe, töte ich den. So. Du, renn mal bitte weg. Gesperr auf den Sack. Äh, ich brauch wieder mal Narko-Bären. Okay, Alter. Ich muss auf jeden Fall die, die die großen Viecher töten. Damit ich, äh, dieses Filet krieg. Das gibt ja direkt 10% beim Zähmen, Alter. Krank. Krank. Goal. So, Leute, der Tag war auf jeden Fall, ähm, 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 ja, ist das lohnenswert. Genau. Hat sich gelohnt. Zwei Raptoren. Hab ich jetzt bekommen. Den Karnotaurus, diesen Mini-T-Rex, auf den scheiße ich jetzt. Der ist leider schon weg und ich hab einfach nicht genug Narkosepfeile gerade. Aktuell ist das mein Problem. Ich werd als nächstes safe, ähm, Pflanzenfresser zähmen. Weil, ich hab einfach dieses Beeren-Problem, das geht mir auf den Sack. Ich mein, wenn ich, wenn ich hier so 10 von diesen scheiß Pflanzen, ähm, aufsammel und ich, davon kommen nur 2 Narcobären raus. Das ist ja krank. Das ist ja fast schon Rassismus hier. Piss dich, du kleiner Bastard, Alter. Auf dich hab ich grad ungefähr gar nicht Bock. Los, friss. Friss, Bruder, friss! So, irgendwelche Fleischfresser hier, die mir auf den Sack gehen könnten. Seht nicht so aus. Hm, wer ist hier gestorben? Achso, ja. Das Vieh. Ich frag mich gerade, wo mein Krokodil ist. Ist der auch gestorben vorhin? Ist der auch draufgegangen? Hab nämlich nur mitbekommen, dass mein, ähm, mein kleiner Pisser da draufgegangen ist. So, 89, jawohl. Ich geh ehrlich gesagt immer davon aus, dass die, wenn ich den Narcobären gebe, dass die schneller Hunger kriegen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hab immer das Gefühl, dass dieses Hungergefühl von denen schneller runter geht, wenn du Narcobären hinzufügst. Also neben dem Betäuben, wofür du sie ja wirklich brauchst. Wo ist denn dieser T-Rex denn eigentlich? T-Mini-Rex, sag mal was. Nennen wir den mal so. Fluffy. Ich nenn den mal Fluffy, Julia auch. Also ihr wisst bescheid, was wir bei Fluffy meinen, wenn wir über Fluffy reden. So.. stratasen. Könnt ihr mal aufhören über meinem Raptor zu trampeln Alde. So, 98, jawoll Schau, weibliche auch noch Oh, ich hab jetzt einen männlichen und einen weiblichen Raptor jetzt Das heißt Das ist doch gar nicht schlecht, oder? Sollte eigentlich nicht schlecht sein, ja? Komm schon Komm schon Soll ich dir noch mehr Narcobern geben, oder? Oh, jawoll Äh, ähm, ich weiß noch nicht, wie ich den Raptor nennen soll Deswegen werde ich sie noch nicht benennen Oh Gott, Alter, ihr seht so krass aus Ähm, hau mir ab, Bruder Ab nach Hause Warte Wartest du mir jetzt, oder nicht? Okay Aber bitte greif nicht so unnötig an, Alter Du Aggressionsproblem Raptor Ich frag mich immer noch, wo dieser andere Raptor ist Komisch Der ist bestimmt da runtergesprungen Ich glaub, der ist da runtergesprungen Ja, du drohst da runter Junge, Alter Ich drohe hier dauernd zu verdursten Ich könnte mir so einen Wasserschlauch machen Aber bringt dir einfach gar nichts Der hält einfach gar nicht lang So, ich hab dir einen Einem Partner gebracht Wow, Mann, was für Hackfressen So In der Zwischenzeit hat es ja gelegnet gehabt Das heißt, mein Wassertank sollte Sollte Cool sein Jawohl Ja, Leute Ist doch gelungen Gelungener Tag Zwei Tore Dafür Zwei neue Raptoren Äh Ein Nochmal Ein Raptor Jetzt perfekt Wir haben sowieso Raptoren gebraucht Mit Raptoren Jagen zu gehen Ist viel besser Die greifen schneller an Die sind viel schneller Macht gut Schaden So Alles klar, Leute Danke fürs Zuschauen Haut rein Ciao